Heute wird ein T-T-Tsunami kommen und die ganze Stadt überschwemmt! Ah, rette sich mit Kahn! Und oh, hey Freunde! Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben und dann bist du auch ein Teil der Santex-Army. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen und es gibt wieder schlechte Nachrichten. Ein T-T-Tsunami wird bald in die Stadt eintreten und alles zerstören. Oh mein Gott, ey! Ja, 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 Senti, deswegen würde ich sagen, lass uns direkt keine Zeit verlieren, denn wir wissen nicht, wann er kommt und wenn er kommt, dann kommt er! Ah! Okay, deswegen würde ich sagen, wir dürfen wirklich keine Zeit verlieren. Genau, wir müssen nämlich jetzt erstmal eine richtig sichere Base bauen und ich glaube, die sicherste Base der ganzen Welt ist eine Obsidian-Base, so Freunde. Ja, 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 genau, das sehe ich nämlich auch so, Senti! Ja, genau! Ey, warte mal und... Hey, was baust du denn da für eine Base, ey? Hä? Was denn? Alles gut, Senti, wir müssen bauen, dann bauen. Oh, ihr geht, Freunde, okay, Vitamine baut anscheinend eine eklige Kacke-Base, aber da möchte ich doch nicht mitmachen. Wir bauen uns jetzt eine eigene Base, nämlich eine Base aus richtig krass OP-Obsidian. Okay, bitte, aber keine Zeit verlieren. Meine ist kein Durchfall, das kann ich dir schon mal sagen. Ihr geht, ey, was ist denn mit dir los? So, okay, Freunde, perfekt, wir bauen hier erstmal so, ich denke mal, das sollte reichen. Und hast du schon einen coolen Plan für deine Base? Ja, eine Kacke-Base mit Durchfall. Bäh, ihr geht, Vitamine, ich dachte, ohne Durchfall, ey, du bist ekelhaft. Nein, natürlich nicht, das ist alles nur von Luki. So, wir müssen uns beeilen. Oh, ja, so easy peasy, Freunde. Okay, und ich dachte, wir bauen uns eine Base zusammen, aber nein, ich möchte deine Base nicht bauen. Oh, oh, so, Freunde. Hey, alles... Warte mal, das warst du, ey. Du bist ja wieder lustig drauf, aber ich habe schon einen ultra interessanten Plan. Schau mal, was ich hier vorhabe, Vitamine. Oh, warte, ich werde mal gucken. Oh, ja, eine ganz besondere Form, guck mal. Okay, warte mal, ich gucke mal zu und das sieht voll cool aus, wie so ein Ufo. Oh, je, das ist ein schwebendes Obsidian-Ufo. So, ganz, ganz schnell, Freunde, wir haben hier ganz, ganz viele Gläser auch so verbaut. Oh, ja, und wie sieht eigentlich deine, äh, Kacke-Base aus? Bist ich jetzt sehr, sehr gut. Und Sie, mein Meister? Äh, ja, beide sieht auch sehr, sehr gut aus. So, Freunde, ganz, ganz schnell. Und deine denn auch zwei Etagen? Warte, natürlich. Dazu komme ich gleich. Erstmal, Freunde, bauen wir hier mit dem lilanen, krassen Obsidian-Gleis weiter. Und anscheinend wird also ein TNT-Tsunami die Stadt überfluten. Oh, ja, zack, zack, zack und so. Oh, mein Gott, okay, das kann wirklich sehr, sehr schlimm werden. Und vor allem explosiv, ey, ich hoffe, unsere Basen werden das tatsächlich überleben. Aber wenn wir die sicher bauen, dann wird das kein Problem sein. Aber bist du dir sicher, dass du nicht bei meiner Obsidian-Base mitmachen willst? Nein, ich bin mir sicher, ganz, ganz sicher. Ich weiß, dass deine nicht halten wird, denn ich habe die gestern noch frisch gemacht hier. Und die so fest, das habe ich echt mitgeschickt. Okay, 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 ist ja gut, ey. Ach, Freunde, ich glaube, Vitamin ist kacke, aber ich würde doch nie im Leben diesen TNT-Tsunami überleben, ey. So, ich glaube, hiermit bin ich gleich schon fertig. So, perfekt. Und dann kommen wir auch schon gleich zur zweiten Etage. Wie sieht es bei dir aus? Ich bin schon längst bei der zweiten Etage. Guck mal, wie langsam du baust. Ja, ich baue ja auch viel, viel größer und viel, viel krasser. Ja, aber du musst daran denken, wir sollen uns beeilen, denn hier kommt bald ein Tsunami. Ah, ja, ist ja gut, du hast ja recht. So, Freunde, perfekt. Ich glaube, dann kommt hier so eine kleine Aussichtsplattform hin. Oh, ja, ich glaube, das wird richtig, richtig OP. Und meine Obsidian-Base wird das Ganze auf jeden Fall überleben. Du kannst mir vertrauen, okay? Ja, da bin ich noch ein bisschen vorsichtig, ehrlich gesagt. Ja, ja, du wirst schon sehen, ey. So, Freunde, wir bauen jetzt hier noch das Dach. Und ich glaube, auf das Dach könnte man eigentlich auch draufgehen. Das wäre, glaube ich, eine sehr, sehr coole Idee. So, perfekt. Wir bauen hier easy peasy weiter. Und wie sieht es bei dir aus? Und wow, du hast auch zwei Etagen. Ja, und ich bin sogar gleich fertig. Oh, mein Gott, die ist so fest. Also, ich habe niemals was durch. Ja, okay, ich glaube, ey, das wird bei dir nämlich ein totaler Fail mit deiner Base. Aber musst du wissen, wenn du die so bauen willst, kein Problem. Okay, Freunde, so, perfekt. Jetzt bauen wir hier den Zugang zur zweiten Etage. Wir haben hier noch Leitern. So, perfekt. Und jetzt geht es ab in die zweite Etage. Und hier, Freunde, würde ich sagen, bauen wir hier auch alles so mit Obsidian so an die Seite hier. Oh, los, 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 schneller, schneller, schneller. Genau. Und der TNT-Tsunami kann tatsächlich jetzt jeden Moment kommen. Wir müssen uns wirklich beeilen. Das weißt du. Dann kommt hier noch ganz, ganz sicheres Glas hin. Und ich bin gleich mit meiner Obsidian Base fertig, Vitamine. Super. Ich, äh, fertig mit der Kacke Base. Ach, Mann, ey. Die wird das doch nie im Leben überleben. Also, ich würde dir noch eine letzte Chance geben, um hier rüber zu kommen. Okay, dann würde ich sagen, bist du da total selbst schuld, Freunde. Wir bauen hier noch ganz, ganz schnell hier diese Glasfassade. So, perfekt. Und dann ist unsere Obsidian Base wirklich total sicher, muss ich mal sagen. So, perfekt. Das glaube ich aber nicht, mein Freund. Ach, Freundchen. Du wirst schon sehen, welche Base von uns überlebt. So, perfekt. Sehr, sehr gut. Und die letzten Blöcke von unserem Dach. Und yeah, wir sind hier erstmal fertig, Freunde. Schaut euch mal diese krasse Base an. So, dann kommt hier noch so Obsidian Blöcke hin, damit das Ganze hier noch sicherer ist. Oh, oh. Ich kann mal gucken. Oh, yeah. Du kannst hier mal gerne gucken kommen. Und dann kommen wir zum Ultra-OP-Boden. So, zu dem Teppich. Perfekt. Wir müssen hier überall noch so weiteren Teppich platzieren. Cool, cool. Sieht gut aus. Oh, yeah. Du kannst dir auch mal ein bisschen helfen, hier diesen Teppich hier zu platzieren. So, Freunde. Und dann sollten wir gleich mit unserer krassen Obsidian Base fertig werden. Und der TNT-Tsunami wird jeden Moment kommen. Oh, oh. Oh, oh. Na ja, okay. Bin ich gespannt. Oh, ja. So, zack. Perfekt. Dann kommt hier noch genau in die zweite Etage auch noch so ein bisschen Teppich hin. Und oh, ich habe was vergessen. Wir müssen noch unsere Boote holen. Ich hole kurz unsere Boote. Okay. Hol mal die Boote. Und dann kommt, glaube ich, schon der Tsunami. Dann ganz, ganz schnell. Wir holen uns die Boote. Oh, mein Gott. Ich bin so, so aufgeregt, Freunde. Freunde, ab geht es. Und hey, Vitamine, hast du schon alles fertig? Ah, vorbereitet. Der TNT-Tsunami. Er kommt, Vitamine. Oh, mein Gott. Schnell, schnell, schnell. Wir müssen aufpassen. Er ist jetzt schon da. Damit hätte ich nie was rechtet. Wer ist da? Wer ist da? Wer ist da? Nikolaus? Nein, der TNT-Tsunami, Freunde. Wir gehen sofort in unsere Obsidian Base rein. Oh, mein Gott. Der ist bei mir. Was? Wie? Der ist bei mir. Und der ist auch bei mir. Und fragt mal, Freunde, Vitamine. Meine Farbe geht weg. Oh, nein. Oh, nein. Was passiert? Die Kacke geht weg. Okay, okay. Freunde, schreibt mal jetzt gerne in die Kommentare. Was denkst du? Welche Base wird länger überleben? Die Obsidian Base von mir oder die Kacke Base von Vitamine? Und wenn du willst, dass wir den TNT-Tsunami überleben, dann lass dir das Video genau jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Wie? Das ist für mich sehr, sehr froh. Oh, mein Gott. Was machst du? Oh, mein Gott. Was ist los da bei deiner Base? Oh, mein Gott, Freunde. Ganz, ganz schnell. Bei mir ist Kacke drin. Wie geht? Komm sofort rüber. Ich hab locht. Oh, nein, 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 nein. Hier ist alles voll. Oh, mein Gott. Hier ist alles voll. Hilfe. Hey, komm rüber zu meiner Obsidian Base. Hilfe. Oh, was ist da los bei dir? Oh, oh. Ich glaube, das TNT ist explodiert. Wir müssen sofort zur Vitamine gehen. Irgendwas ist da Schlimmes passiert bei seiner Kacke Base. Ich hab ihm noch gesagt. Er soll sofort zur I gehen. Vitamine, was ist mit dir passiert? Freunde. Ekelhaft. Du hast die Kacke stinken. Ey. Ist deine Kacke Base explodiert oder wie? Ja. Oh, mein Gott. Das kann nicht sein. Alles geht hier hoch. Oh, mein Gott. Alles wird hochgesprengt. Oh, nein. Oh, nein. Was ist denn bei dir los? Und jetzt? Oh, ist Vitamine voller Kacke. Das ist ja so total ekelhaft. Oh, nein. Oh, mein Gott. Ich hab dir doch von Anfang an gesagt. Meine Base. Warte mal. Wird das Ganze easy überleben? Und was ist denn oben? Und? Ah, nein. Der TNT-Tsunami. Er kommt auch durch meine Obsidian-Base rein. Senti, was sollen wir machen? Was sollen wir machen, Senti? Ich weiß echt nicht, was wir machen sollen. Komm, wir müssen nach oben oder nach unten. Oh, oh. Senti. Oh, nein. Oh, nein. Und? Nein. Das TNT kommt langsam auf uns zu. Wir müssen sofort nach unten. Ab geht's. Wow, Senti. Warte mal. Und wow. Was ist das denn hier? Nein. Oh, nein, nein, nein. Alles wird hier komplett weggesprengt. Alles ist kaputt. Senti, die Base ist kaputt. Oh, nein, oh, nein. Wir müssen hier ausbrechen. Komm, 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 komm. Komm, schnell. Und ab geht es. Oh, hier durch, Freunde. Wir müssen jetzt auf den TNT-Tsunami durch. Und nein. Was ist los? Oh, mein Gott. Alles fliegt in die Luft, Freunde. Oh, mein Gott. Hier ist alles kaputt gegangen, Senti. Oh, ja. Und ab nach oben. Yeah. Okay. Ich bin auf dem TNT-Tsunami drauf. Es hat sehr, sehr gut geklappt. Also, es hat gar nicht gut geklappt. Aber, Freunde, eigentlich steht fest, unsere Obsidian-Base hat den TNT-Tsunami länger überlebt als Vitamins-Kacke-Base. Das bedeutet, unsere Base hat damit gewonnen. Ich habe sie doch von Anfang an gesagt. Ja, aber lass uns mal auf den TNT-Tsunami hier fahren. Komm, wir mit. Oh, hier ab geht es. Wuhu. Aber, oh, du bist total braun. Das ist richtig eklig. Und die ganze Stadt wird jetzt komplett zerstört durch diesen TNT-Tsunami. Aber das Wichtigste ist, wir haben das Ganze überlebt. Und unsere Basen haben uns dabei auch sehr, sehr gut geholfen. Ja, guck mal, wo ich bin. Yeah, ich bin hinter dir. Und dann würde ich sagen, Freunde, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Sand-Tsunami. Schaut unbedingt bei meinem besten Freund Vitamine vorbei. Das wäre auch sehr, sehr cool. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.